Alle fünf Jahre können die BürgerInnen von Brandenburg Abgeordnete wählen. Die gewählten Abgeordneten kommen dann in den Landtag. Bei sogenannten Plenarsitzungen sitzen sie in einem Plenarsaal. Dort beschließen sie Gesetze und entscheiden, wofür in Brandenburg Geld ausgegeben wird. Zum Beispiel für Dinge wie Schulen, Straßen oder die Polizei. Eigentlich wie im Bundestag. Da gibt es einen großen Unterschied. Der Landtag macht nur Gesetze, die für ein bestimmtes Bundesland wichtig sind. Der in Potsdam ist für das Bundesland Brandenburg zuständig. Professor Dr. Ulrike Liedtke spielt dort als Landtagspräsidentin eine wichtige Rolle. Im heutigen DIGGA-Magazin erklären wir euch alles Wichtige um den Brandenburger Landtag. Dafür führen wir ein Gespräch mit der Landtagspräsidentin und schauen uns ein wenig im Landtag um. Wir wissen schon, der Landtag ist das Parlament von Brandenburg. Aber was macht der Landtag eigentlich? Was macht der Landtag? Hier sitzen die Abgeordneten aus den einzelnen Wahlkreisen, gewählte Vertreter ihrer Wahlkreise. Die diskutieren Gesetze, die beschließen Gesetze, die kontrollieren die Regierung. Sie sind eigentlich für alles zuständig, was es so an Lebensbereichen gibt. Warum ist denn der Landtag wichtig? Weil viele Dinge durch das Volk selber bestimmt werden sollen. Also wir wollen unsere Selbstbestimmer wählen. Wie in der Klasse, dass ihr einen Klassensprecher habt. Und der Klassensprecher organisiert dann für euch verschiedene Diskussionen oder Veranstaltungen. Und so ist das hier auch, dass man sich seine Vertreter aus dem Volk wählt und die dann bestimmen, wie man miteinander umgeht. Nicht ein einzelner Herrscher, nicht jemand, der von oben sagt, so wird es gemacht. Und wo liegt da der Unterschied zum Bundestag? Naja, im Landtag sind die Vertreter aus dem Land. Wenn ich jetzt nochmal nach unten gucke, im Kreistag sind die Vertreter aus dem Landkreis oder aus der Stadt. Je nachdem, bei uns gibt es ja in Brandenburg auch Dörfer. Da gibt es dann auch Ortsbeiräte, die aus dem kleinen Dorf kommen. Und wenn ich jetzt nach oben gucke vom Landtag aus, dann komme ich zum Deutschen Bundestag. Das sind dann die Vertreter aus den Ländern, die in den Bund geschickt werden. Und was ist Ihre Aufgabe als Landtagspräsidentin? Ich muss die Sitzungen leiten, in denen diese Beschlüsse erarbeitet werden. Also man diskutiert drüber. Die einen finden das gut, die anderen finden was anderes gut. Ich leite diese Sitzungen. Ich habe dafür zu sorgen, dass alle miteinander ins Gespräch kommen. Ich muss sie neutral behandeln. Ich kann jetzt nicht sagen, also deine Meinung gefällt mir gut, finde ich prima, so machen wir das. Das wäre jetzt, das wäre autoritär. Das darf ich nicht machen. Sondern ich muss dafür sorgen, dass es zu den Beschlüssen kommt. Und dann muss ich auch die Beschlüsse entsprechend ratifizieren. Da denkt man jetzt, Tintenfass und große Feder ist natürlich Quatsch. Das macht man heute alles digital. Das mache ich im Internet, dass die Gesetze dann verabschiedet werden. Ich habe für Veranstaltungen zu sorgen, für Aufklärung über das, was wir machen. Ich habe dazu zu sorgen, dass der Landtag nach außen vertreten ist. Heute vertrete ich den Landtag euch gegenüber. Was passiert, wenn sich Abgeordnete nicht benehmen? Oh, da gibt es Ärger. Da gibt es ganz einfach wie in der Schule Ärger. Da muss man was sagen. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man vielleicht mal böse Worte verwendet, weil man sich über den anderen ärgert. Kann ja passieren. Dann würde ich sagen, bitte äußern Sie sich angemessen in diesem wunderschönen Raum. Wir sind hier im Moment das Parlament für das Land Brandenburg. Wir haben eine Vorbildwirkung den anderen Menschen gegenüber. Oder ich sage, gucken Sie da oben auf den Rängen sitzen. Die Schüler aus einer Schule, wir haben oft Besucher hier. Da müssen wir uns doch angemessen benehmen. Und wenn es gar nicht geht, dann kann ich einen Ordnungsruf erteilen. Wenn man zwei Ordnungsrufe hat, dann wird es knapp. Ich kann sogar sagen, bitte verlassen Sie den Raum. Es tut mir leid, aber Sie können sich jetzt nicht in aller Ruhe und angemessen in die Diskussion einbringen. Bitte verlassen Sie den Raum. Habe ich noch nie machen müssen. Mit wem arbeiten Sie zusammen? Ja, das sind ganz, ganz viele. Du musst dir vorstellen, es sind 88 Abgeordnete und die arbeiten in verschiedenen Ausschüssen. Dann habe ich Kontakt mit den Ausschüssen, mit den Ausschussvorsitzenden, um einfach auch die Themen zu kapieren, die da verhandelt werden. Ich muss ja wissen, worüber wir reden. Wenn ich das nicht weiß, würde ich ja vielleicht vollkommen falsche Bemerkungen dazu machen. Oder ich muss mit meinen Vizepräsidenten reden. Mit meiner Fraktion rede ich. Mit der Koalition. Das sind die, die eine Koalition bilden. Gemeinsam sind bei uns die SPD, die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Dann bin ich bei denen mal in einer Beratung drin. Also ich habe eigentlich zu allen Abgeordneten, das kann man schon so sagen, habe ich sehr guten Kontakt. Dann gibt es eine Landtagsverwaltung, die die ganzen Papiere vorbereitet. Muss ja einer alles aufschreiben, was da beschlossen wird. Und zur Regierung hat man als Landtagspräsident natürlich auch Kontakt. So, und dann kommen aber alle die, die man besucht oder die mich besuchen. Das können Vertreter von Botschaften sein aus der ganzen Welt. Das können mal Sportler sein, das können mal Kulturmenschen sein. Und das sind auch ganz oft Schüler oder Kinder. Wo sind Sie denn, wenn Sie mal nicht hier im Parlament sind? Ach, dann bin ich in Ausschusssitzungen oder im Fraktionsraum oder in meinem Büro. Soll ich dir unser Büro mal zeigen? Klar, gerne. Komm, gehen wir mal hin. Warum wollten Sie denn hier in das Amt? Weil ich, also das Amt wollte ich nicht. Ich wollte ins Parlament. Ich wollte Abgeordnete werden, weil ich mich so fürchterlich aufgeregt habe über viele Dinge. Ich dachte, das kann ich besser. Das muss ich einfach, da muss ich mitmachen. Weißt du, es ist so leicht zu meckern und zu sagen, die da oben, die machen wieder was falsch und die haben es wieder nicht begriffen. Aber der zweite Schritt, dass man selber aktiv wird, den müsste man ja dann eigentlich auch gehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir selber gesagt, dann musst du jetzt kandidieren, dann musst du jetzt in dieses Parlament, wenn du meinst, du kannst da ein bisschen was ausrichten, du kannst das Leben gestalten. Was haben Sie denn vorher gemacht? Ich bin Musikwissenschaftlerin. Das legt man ja nicht so einfach ab. Also man schreibt über Musik, man unterrichtet auch Musik. Und ich, in meinem Falle, ich habe viel Bücher geschrieben. Ich habe die Musikakademie in Rheinsberg gegründet, also Veranstaltungen gemacht, Oper, Konzert, Theater. Ganz viel, wo das Publikum kommt und wo du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt alles gemacht haben musst. Und wenn du was versäumt hast, dann bleibt der Fehler in jeder Vorstellung. Ja, und da bin ich sozusagen als Musikwissenschaftlerin hierher gekommen. Ich denke jetzt immer noch oft musikwissenschaftlich, schreibe noch das ein oder andere und bilde Musiklehrer aus an der Uni in Potsdam. Jetzt hier als Landtagspräsidentin ist ja schon ein sehr hohes Amt. Was kommt danach, was machen Sie danach? Machen Sie danach noch politisch weiter? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, politisch macht man weiter, bis man ganz alt geworden ist. Weil es einfach wichtig ist, dass man sich einbringt. Du bringst dich jetzt ein für die Themen, die Schüler haben. Ich bringe mich jetzt ein für die Themen, die ich auch für meine Kinder sehe oder die ich für meine Freunde sehe, für meinen Wahlkreis natürlich. Und wenn man dann älter wird, setzt man sich wieder für die Themen ein, die dann die älteren Menschen beschäftigen. Ich finde es ganz wichtig, dass alle Generationen vertreten sind. Also ich werde sicherlich weiter Politik machen, ja. Aber ob nun als Landtagsabgeordnete, das hängt von einer Wahl ab. Danke an Frau Liedtke. Wir hören später nochmal von ihr. Jetzt treffe ich erstmal Gerold Büchner, den Pressesprecher des Landtags. Er zeigt mir ein bisschen das Gebäude und erklärt mir noch, was Ausschüsse, Gremien und die ganzen anderen Sachen sind. Wer arbeitet eigentlich noch so hier im Landtag? Sehr viele. Also zum einen natürlich die 88 Abgeordneten selber, wenn Sitzungen sind, ob in den Ausschüssen, in den anderen Gremien oder im Plenarsaal auch. Und dann besteht die Landtagsverwaltung aus über 150 Mitarbeitern, die unterstützen das Parlament, die Abgeordneten bei ihrer Arbeit. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Präsidiumsraum. Das Präsidium ist eines der wichtigsten Gremien im Landtag. Da wird alles besprochen zwischen den Vertretern der Fraktionen, was den Landtag insgesamt betrifft. Da werden auch die Plenarsitzungen vorbereitet. Und im Präsidium sind, wie auch in den anderen Gremien, alle Fraktionen vertreten. Und die Präsidentin leitet auch das Präsidium, nicht nur die Plenarsitzungen. Was sind denn Gremien? Gremien sind, wenn man so will, so kleine Unterparlamente innerhalb des Landtags. Also zu den Gremien gehört das Präsidium, das ich schon erwähnt habe. Und zu den Gremien gehören aber auch die Ausschüsse. Das sind die Fachausschüsse, in denen also über Gesetzesentwürfe beraten wird. Wenn zum Beispiel ein Gesetzentwurf zu Neuorganisationen an Schulen oder mehr Internettechnik für Schulen im Landtag eingebracht worden ist, dann berät nicht nur das Plenum mit allen Abgeordneten darüber, sondern weil es da immer um ganz detaillierte Fragen geht, immer natürlich auch um Geld geht, wird sowas dann in einem Fachausschuss, in dem Fall in dem Ausschuss für Bildung und Jugend und Sport, beraten. Und wenn die in dem Fachausschuss die Expertinnen und Experten beraten haben, dann wird es nochmal im Plenum abschließend entschieden. Was sind denn Kommissionen? Also Kommissionen gibt es, auch ständige Kommissionen, so wie die Ausschüsse, die kontrollieren die Regierungen in bestimmten Bereichen. Also es gibt eine, die heißt die Parlamentarische Kontrollkommission, die kümmert sich um den Verfassungsschutz. Und dann gibt es noch eine zweite Kommission, die auch in dem Bereich tätig ist. Da geht es dann um Abhörmaßnahmen. Die müssen alle genehmigt werden. Das große Thema dabei ist bei beiden Kommissionen, dass die Regierung natürlich vom Parlament auch kontrolliert werden soll. Und dass kein Minister, kein Ministerpräsident oder sonst jemand in der Regierung einfach machen kann, was er will, ohne dass das Parlament da vielleicht auch noch irgendwie sagen kann, im Moment stopp mal. Das entspricht vielleicht nicht ganz den Gesetzen. Sitzen ja nicht noch andere Leute außer die Abgeordneten? Nein, wenn hier Plenum ist, dann sitzen auf diesen roten Stühlen wirklich nur Abgeordnete. Da dürfen auch nur Abgeordnete sitzen. Hinten im Raum sitzt dann noch die Regierung, also alle Minister, auch mit Mitarbeitern teilweise und ein paar Vertreterinnen und Vertreter der Landtagsverwaltung, die einfach auch mit unterstützen bei der Organisation der Sitzung. Warum gibt es hier genau 88 Sitze? Das liegt daran, dass es 44 Wahlkreise gibt in Brandenburg. Von Anfang an, also seit 1990, seit der ersten Landtagswahl nach dem Mauerfall. Und die Wahlkreise sind so eingeteilt, das ist auch so vorgeschrieben, dass überall ungefähr gleich viele Leute immer einen Abgeordneten wählen. Das heißt, in den 44 Wahlkreisen wird immer eine oder ein Abgeordneter direkt gewählt, der, der die meisten Stimmen bekommt, der ist direkt im Landtag. Und dann gibt es noch 44 weitere Mandate, die dann nach dem Gesamtstimmenergebnis bestimmt werden. Also für die stärkste Partei gibt es dann eben mehr noch über die sogenannten Listen, Landeslisten. Und für die kleineren Parteien sind es entsprechend dann auch nach ihrem Stimmergebnis so viele Abgeordnete, wie sie bekommen haben. Dann danke für das Interview. Ja, gerne geschehen. Hat sich gefreut. Und jederzeit wieder willkommen im Landtag. Danke. In der Lobby sind wir übrigens auch noch ein paar Politikern über den Weg gelaufen. Was ist eine Fraktion? Was eine Fraktion ist? Eine Fraktion ist ein Zusammenschluss von, ich sag mal, sind die Abgeordneten einer Partei, die im Landtag sitzen, wo aber auch, wenn jemand ein freier Wähler wäre oder irgendwie jemand ist, der sich damit anschließen könnte. Aber grundsätzlich ist die Fraktion, besteht die aus den Abgeordneten einer Partei, die gewählt worden ist, zum Landtag, Bundestag oder halt im Kreistagsparlament. Was ist die Regierung? Die Regierung ist die Exekutive, die führt im Grunde all das aus, was wir hier im Parlament beschließen. Und wir beauftragen die Landesregierung, unsere Gesetze durchzusetzen und umzusetzen. Was ist die Opposition? Wir sind als Opposition diejenigen, die nicht an der Regierung beteiligt sind. Das bedeutet, wir kontrollieren die Regierung genau, kritisieren die Regierung und schauen genau nach, wo gibt es Fehlstellen, wo gibt es Probleme, die die Regierung so nicht erkennt. Und wir gucken auch mal genau hin, wenn die Regierung besonders positive Sachen immer verkauft oder so tut, als ob die besonders positiv sind, dass wir da nochmal genauer hinschauen und auf Probleme aufmerksam machen, die die Regierung vielleicht nicht sieht. Das ist unsere Aufgabe. Vertreten Sie Ihre eigene Meinung oder die Ihrer Fraktion? Ich vertrete in der Fraktion meine eigene Meinung. Aber wenn man sich in der Fraktion auf etwas geeinigt hat, auf eine Mehrheit, das ist ja Demokratie, dann vertrete ich natürlich die Position, auf die wir uns verständigt haben. Es ist Teamarbeit. Also ich gehöre zu den Abgeordneten, der auch mal seine eigene Meinung vertritt. Es gibt natürlich immer Sachen, wo man sich in der Fraktion abstimmt und natürlich versucht dann, das sozusagen rüberzubringen. Aber wir haben ja einen Meinungsbildungsprozess. Also wir unterhalten uns im Vorfeld ja in den Fraktionssitzungen, wo dann geklärt wird, wie ist unsere Stellungnahme zu einem Gesetz oder einem Beschluss. Wofür setzen Sie sich ein? Für ganz viele Sachen, aber vielleicht ganz grundsätzlich uns als Linke. Als Linke in der Opposition geht es darum, dass bei allen positiven Überschriften, zum Beispiel der Tesla-Ansiedlung oder auch, dass die Wirtschaft stärker geworden ist in den letzten Jahren und so weiter. Das ist der Gewinnerland Brandenburg, wie die Regierung ja immer sagt, dass wir immer darauf achten, naja, von Überschriften allein kannst du keine Rechnung bezahlen, kannst du deine Miete nicht bezahlen, sondern dass wir darauf achten, dass es auch sozial gerecht in diesem Land zugeht. Dass egal, wo du wohnst, egal, wo du herkommst, egal, wie viel Geld du im Portemonnaie hast, dass du ein sicheres Leben hast und dass überall im Land Brandenburg du ein gutes Leben hast. Was finden Sie in Politik spannend? Alles. Man kann ja im Grunde über alles debattieren und bestimmen, wie es in Zukunft mit diesem Land weitergehen soll für die Menschen, die hier leben. Und von daher finde ich, ist es von Anfang bis Ende spannend. Oh, Politik ist sehr spannend. Ich bin ja, Politik war eigentlich mal mein Hobby. Jetzt mache ich es ja vollberuflich mit. Politik ist sehr spannend. Man kann gestalten, man kann aber auch in der Opposition, weil ich auch kenne, auch einiges bewegen. Also man kann dann schon die Regierung dorthin bringen, dass sie sich mit Sachen beschäftigt oder vielleicht auch Beschlüsse fasst, die für die Menschen draußen im Land wichtig sind. Ganz, ganz viel. Was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernt. Dass man auch viel mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen täglich eigentlich zu tun hat. Also heute Morgen haben wir zum Beispiel auch über den Karneval gesprochen und jetzt gerade reden wir über Bildungspolitik. Also da gibt es einfach viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auseinandersetzen kann. Am spannendsten finde ich aber, wenn man etwas selbst bewegen kann. Das ist jetzt in Opposition nicht so viel, wie zum Beispiel in der Regierung, wenn ihr mit Regierungsabgeordneten reden würdet. Aber hier sind so auch die kleinen Dinge, die ich wichtig finde, dass man, auch wenn es langsam vorangeht, aber dass man doch Dinge voranbringt. Was ist die Landespressekonferenz? Die Landespressekonferenz Brandenburg ist der Verein der in Potsdam arbeitenden Journalistinnen und Journalisten. Wir haben ungefähr 100 Mitglieder, veranstalten regelmäßig Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche und kümmern uns um die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen, die hier in Potsdam unterwegs sind. Wir wollen die Landespolitik transparent machen und unsere Mitglieder bei ihrer Arbeit hier aus dem Landtag oder aus dem Regierungsumfeld unterstützen. Wie kann man da teilnehmen? Wie kommt man da rein? Mitglieder der Landespressekonferenz können alle Journalistinnen und Journalisten werden, die hauptberuflich über Landespolitik oder Dinge von landesweitem Interesse in Brandenburg berichten. Sie müssen hauptberuflich tätig sein, also wir nehmen nicht jeden Blogger oder jede kleine Stadtteilzeitung auf. Wir nehmen auch keine Pressesprecher oder Vertreter von Institutionen auf, weil wir eben ein Verein von Journalistinnen für Journalisten sind. Welche Rolle nennen die Medien ein, wenn es um Landespolitik geht? Wir sind als Medienvertreter in Brandenburg diejenigen, die Landespolitik nach draußen kommunizieren. Wir sind diejenigen, die sie kritisch hinterfragen und hingucken und das, was sie gemeinhin als vierte Gewalt kennen. Also wir gucken nach Skandalen, wir gucken nach gut gelungenen Beispielen, wo Politik in der Praxis umgesetzt wird. Und wir versuchen die Menschen draußen im Land so objektiv wie möglich über das zu informieren, was hier in Potsdam passiert. Um als Abgeordneter in den Landtag zu kommen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Die jüngste Abgeordnete ist 20 Jahre alt. Die Politik betrifft aber auch Kinder und Jugendliche. Was man in der Politik tun kann und wie man sich beteiligen kann, wenn man noch nicht wählen kann, das habe ich die Landtagskräsidentin gefragt. Wie können Jugendliche politisch Einfluss nehmen, abgesehen vom Wählen? Also wir haben ein Jugendbeteiligungsgesetz, dass man einbezogen werden muss als Jugendlicher. Zum Beispiel, wenn ein Schulhof gebaut wird und entsprechend eingerichtet wird, wenn Kita-Spielplätze gebaut werden. Also wenn Einrichtungen saniert oder hergestellt werden, die speziell Kinder und Jugendliche betreffen. Das ist ja erst mal klar. Und ansonsten denke ich, seid ihr ganz wichtig auf eurer Ebene, nämlich in der Schule. Ihr bestimmt über eure Schulkonferenzen, wo ihr mit am Tisch sitzt, bestimmt ihr demokratisch, wie es in der Schule weitergeht. Wie können sich Jugendliche über die Politik im Landtag informieren? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch digital, also über Handy, über iPad. Da kann man sich bei Twitter informieren, da kann man sich informieren auf der Homepage des Landtages, bei Instagram natürlich. Und es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die der Landtag regelmäßig an Schulen unterbreitet. Also das sind Planspiele, wo man zum Beispiel spielt. Ich bin jetzt der Ministerpräsident und du bist der Minister und da vorne ist der Abgeordnete. Man sitzt auf den Stühlen der wirklichen Minister und Abgeordneten und führt dann eine Diskussion zu einem Thema durch, wo dann am Ende ein Beschluss kommt, wo alle abstimmen müssen und so weiter. Also wie es wirklich im Landtag ist. Warum darf man in Brandenburg schon ab 16 den Landtag wählen? Ich finde das total gut. Ich meine, ab 16 denkt man doch über Politik nach. Man denkt ja schon mit 14 über Politik nach. Ihr seid ja noch gar keine 16. Und das kann nicht früh genug beginnen, dass man als Schülersprecher arbeitet oder einen Schülersprecher wählt. Das ist ja schon auch eine Demokratiefrage. Also ich finde es gut, dass man so zeitig wie möglich auch aktiv in die Politik hineingeht. Das war es vom DIGGA-Magazin über den Brandenburger Landtag. Ich hatte sehr viel Spaß und habe auch sehr viel gelernt. Ab jetzt könnt ihr die Plenarsitzungen bei Alex sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. trimmed. Tschüss. also moment Cameron ,